Es geht um die Grundrechte von Kinder und Jugendlichen, die hier bei uns in der stationären Kinder- und Jugendhilfe leben, sie zu befähigen, ihre Rechte wirklich wahrzunehmen. Ich glaube, dass jeder in seinem Beruf die Erfahrung gemacht hat, mit nur Autorität komme ich nicht weiter, mit nur Regeln komme ich nicht weiter. Was gut ist, finde ich, ist wörtlich, dass endlich sich zwei Leute zusammengefunden haben, darunter sage ich ja Mannstöck und Frau Brosch, die würde ich die Jugendlichen mit reinnehmen, würde ich ansprechen und ich finde, das Filmprojekt freut mich. Wir sind ein Team! Wir sind orientation und ein Team! Wir sindango von denying GmbH Berg application wegen GmbH.